Oh Mann Hey, sieht das episch aus, Mann Krass Es ist richtig den ganzen Horizont Überall fetter Sturm, gerade eben noch heftig schönes Wetter Und von jetzt auf gleich Alle der ganze Himmel mit schwarzen Wolken Besät oder besamt oder wie auch immer Voll mit schwarzen Wolken Oh, fuck Voll mit schwarzen Wolken Auf jeden Fall Und jetzt wäre so eine optionale Schade, ich wollte gerade auf Tee versuchen So eine optionale, zuschaltbare Taschenlampe Nicht schlecht Hier in einer sicheren Trockenen Höhle Relikt bestimmt Wildschwein oder so So fett und hässlich, wie das ausgesehen hat War das bestimmt Roman Nee, nee, natürlich Ähm Nächstes Relikt Da oben Hier, Relikt Okay, raus in den Piss Ich bin's ja gewohnt, angepisst zu werden Ah, ist 105 Meter weg Das Problem ist, wie ich auf den Berg hochkomme Wahrscheinlich hier Vorne einfach rum So muss es gehen Nee, hier nicht Okay, dann laufe ich halt zwei Meter weiter Hä, das Spiel zieht solche Arschlochnummern mit einem ab Das ist unglaublich Wegen einem Muckesäckel reicht es echt gar nicht mehr Um auf den Drecksbergdamm hochzukommen Man muss echt außen rumlaufen Man ist ein bisschen arschig Saar sich aufs Haus Und weiter rennen Nächstes Dach Oha Heftigste Ruckler da drin gehabt Na gut, das ist das heftigste Ruckler Das hat er zweimal kurz gejagen Also ich nehme an, dass hier drin ist Man muss hier drin halt gleich da irgendwo Ein Steg hochklettern und laufen Lass mal die Drecksaschenlampe einfach an Du Arschi Macht mich doch wahnsinnig mit seiner Dreckspielerei Na guck, hier einfach kurz hochlaufen Relikt holen Fertig Hey, boah Guck, genau das meine ich Davor habe ich schon die ganze Zeit immer Schiss Dass du da einfach irgendwo rüberspringst Und er sich dann nicht festhält Wegen dem Bug oder weil er zu weit links ist Oder wie auch immer Das ist doch mal scheiße hier Hui Jetzt setzt er So, wo ging es hier jetzt wieder raus? Ah, genau, hier Okay Perfekt Hä? Ach, klettern, wo denn hin? Achso, seit wann kann man hier bei so Häusern eigentlich denn klettern? Schau immer, oder was? Ja, cool Das wusste ich jetzt mal nicht Gibt es da unten eine Kiste, oder war die oben drauf? Oh toll, da drin ist hier WTF, wie soll ich da denn reinkommen? Die sind ja witzig Guck, hier kommen wir auf einmal wieder nicht hoch Ah, ich will es mal probieren Die Kiste da zu kriegen Mal gucken, ob es klappt Irgendwie Okay, weiter hoch geht es hier nicht Guck, hier kann man auch wieder nicht hochspringen Hm, ne ich geh nochmal oben drauf Vielleicht muss man einfach von oben nach unten So wird es wahrscheinlich sein So wird es wahrscheinlich sein Ja Oh Guck mal, zwei Goldketten Und insgesamt 220 Dollar, glaub ich Moment, muss ich grad mal Boah, am Ohr kratzen Das nervt mich immer so So Relukt Da vorne Hüpp Hüi Nein Oh, oh, oh Du Hurensohn, Alter Mach doch einfach den Drecks Wingsuit auf, du Bastard Ey, so ein Drecksidiot Oh man Wie kann man nur so blöd sein Ein einziger Mensch Krass Boah, jetzt reicht es mir natürlich wieder nicht Bis ganz darüber Und ich darf laufen Nur hin, geh, du Arsch Beziehungsweise Du darfst laufen, Jace Ich muss dir nur zugucken dabei Oh, ist aber schwer verschickt Nächstes Relikt ist da Vorn Und dann noch eins da oben Gut, aber erst hole ich mir das da vorne, glaub ich Mal Jupp Weiß, Hauptsache Hier nimmt er Wingsuit, weißt du So ein Idiot Gucken, ob das Relikt auch so schwer versteckt ist Ich finde es geil, so durch das hohe Gras zu rutschen Oha Fetzig Sieht immer nice aus Vor allem auch geil Weil es tötet ihn und geht dann weg Ich weiß nicht, ob ich mich mit dem anlegen soll Andererseits gibt es bestimmt EP Ja, oder auch nicht Na egal Tiger fällt nämlich trotzdem mal mit Ein bisschen was gibt es dann schon, denke ich Ekelhaft, ey Sieht da schon heftig aus Wenn der da sein Messer in den Tiger rammt Und den Häute, der Voll ekelisch Äh, nein Ich befürchte, dass es ein Hai-Relikt Dass ich wieder ins Wasser muss Da vorne gibt es, glaub ich, auch schon so ein Düntel Oh, so ein ähnliches Relikt hat die doch auch schon mal, oder? Äh, das ist kein Wasser, oder? Ja, aber da ist Wasser, okay Aua Da oben Da muss ich jetzt also irgendwie wieder raufkommen So, hier geht es schon mal lang So War ja nicht so schwer Und ein Porzellan-Crew, wie geil ist das denn? Sorry Schon immer gewünscht Vor allem in Far Cry Ich wollte schon immer schon mal ein Porzellan-Crew finden Wie gesagt, wir machen noch das Relikt Und dann würde ich auch sagen, dass es gut ist für heute Genug, äh, Relikte gesammelt War ja schon langweilig genug Befürchte ich mal Oh Leg es nicht mit mir an Oder leg es nicht drauf an Leg dich nicht mit mir an So rum So rum ist das schon ein richtiger 450 Meter, ey Es ist weit weg, ey Und mit dem Wingsuit, das wird auch nichts Weil der so hoch oben sitzt Ah, scheiße Na, egal Guck mal, tausendblaue Pflanzen Wahrscheinlich sind da auch Krokodile drinnen Das sieht schon geil aus So nachts Der See Die Mondreflektierungen Wo ist der Mond überhaupt? Da ist doch gar kein Mond Ja, WTF Ja, toll Hauptsache Mondreflektoren Ja, scheiße Auch wenn mich ein Krokodil anfällt Dann habe ich halt ein bisschen Wieder monatelang Schiss ins Wasser zu gehen Und da habe ich auf jeden Fall Mal heftig Das sind viele blaue Pflanzen Die reichen mir auf jeden Fall noch Eine ganze Weile lang Nein, Rucksack voll Ah, scheiße Egal, schneller, Nanz Halt, Moment Wir können da mal herstellen Und direkt ein paar Spritzen machen So Was ist das für ein Ding? Heiliger Lotus Ah, stimmt Genau Okay Ich bin gespannt Wann mein Inventar Dann wieder voll ist Jetzt Okay Ich habe schon Den größten Beuterrucksack Du Schäpp hast Ah, da fällt mir auch gerade ein Eigentlich Man könnte auch gucken Welcher Oh Mann Wie, guck mal Wie blöd ich schon wieder war Ich hätte einfach da schnell reisen Ah, scheiße Jetzt ist es schon zu spät Jetzt gehe ich zu dem Relikt Hol das Relikt eben kurz Mach schnellreise dahin Verkauf alles Kauf Muni und alles Und dann Alles gut für euch Beuterrucksack voll verkauf Für Objekte oder Entferne ich aus deinem Inventar Nein, ich verkaufe nachher welche Ganz einfach So, jetzt da unten Ist der irgendwo Ja, vor allem der Der Relikt weiß Da ist er schon Zum Glück nicht so versteckt Kommen wir mal da runter Ah, stimmt Schnellreise dahin So Welchen Punkt nehmen wir denn Ich würde sagen Wir gehen da einfach mal hin Also gut, gut So, dann da unten war noch irgendwo Ein Tigerfell Da Hä, WTF Oh, scroll doch einfach ohne So, ähm Ja, genau Muni Muni, Muni, Muni Und schon wieder 2200 Dollar Okay Ähm, 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 ähm Blaues Blatt Blau, 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 blau Blau, 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 blau Blau, blau, blau Okay Bernstein, gelbes Blatt Können eigentlich weg Gut Dann speichere ich natürlich auch nochmal kurz hier auf dem Checkpoint Dann mache ich jetzt einen Cut Das war's War ganz witzig War okay Nur ein bisschen langweilig Vielleicht zum zugucken Mit den Tricksrelikten die ganze Zeit Hat aber Bock gemacht Und dann verabschiede ich mich jetzt Und man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder Bis dann Noch einen schönen Tag Und viel Spaß mit allem Was hier oben macht Weiß ich ja nicht Und da Ja, bis dann Ciao Ciao